Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir haben hier einen Würfel mit der Kantenlänge A und eine Pyramide mit der Grundfläche einer der Seitenflächen dieses Würfels und der Spitze als Mittelpunkt dieses Würfels dargestellt. Wir sollen nun herausfinden, wie das Verhältnis zwischen Volumen der Pyramide und Volumen des Würfels aussieht. Dazu stellen wir uns Formeln für diese beiden Volumina auf. Einerseits also das Volumen der Pyramide. Wie wir wissen, lautet die Formel für das Volumen einer Pyramide Grundfläche mal Höhe durch 3. In unserem Fall ist die Grundfläche genau eine Seitenfläche des Würfels, also A mal A oder A². Die Höhe dieser Pyramide, nachdem der Mittelpunkt die Spitze ist, ist genau die halbe Kantenlänge des Würfels. Also haben wir als Formel für die Pyramide A² mal A durch 2 durch 3. Oder wenn wir das auf einen Bruch bringen, A² mal A ist A hoch 3 durch 6. Das Volumen für den Würfel lautet ganz einfach, nachdem die Kantenlänge A ist A mal A mal A oder A hoch 3. Was bedeutet das also für unser Verhältnis? Das Volumen der Pyramide ist A hoch 3 durch 6. Das Volumen des Würfels ist A hoch 3. In diesem Verhältnis können wir nun noch A hoch 3 jeweils kürzen und wir sehen, diese beiden Volumina verhalten sich wie ein Sechstel zu 1 oder umgekehrt wie 1 zu 6. Das können wir uns auch noch anschaulich machen, indem wir hier diesen Würfel so drehen, dass wir erkennen können, dass wir genau auf jede der Seitenflächen dieses Würfels eine so eine Pyramide setzen müssen, damit wir diesen ganzen Würfel ausfüllen können. Also brauchen wir insgesamt 6 dieser Pyramiden. Also muss das Verhältnis 1 zu 6 beziehungsweise ein Sechstel zu 1 lauten. Damit haben wir dieses Beispiel fertig gelöst.